Sie ist ruhig gestellt. Okay, okay, komm. Okay. Ist alles in Ordnung? Alles gut. Wie viele können Sie retten? Elf Spezies. Blue war die letzte ihrer Art. Sie werden sie niemals fangen. Wir hatten gehofft, Sie kennen jemanden, der helfen könnte. Eine Rettungsmission? Was kann da schon schief gehen? Hey, Blue. Freust du dich, mich zu sehen? Komm mit mir. Du weißt, du kannst nicht hierbleiben. Ziehen Sie sofort Ihre Leute ab. Es war alles gelungen. Der Mann, der bewiesen hat, dass Raptoren gehorchen können. Wissen Sie, wie viele Millionen ein trainiertes Raubtier wert ist? Sie verkaufen sie. Blue nicht. Sie brauchen sie für irgendwas anderes. Was ist das für ein Ding? Wir haben es gemacht. Dies ist die gefährlichste Kreatur, die je auf der Erde gelebt hat. Ich würde sagen, wir machen den Laden dicht. Hey, Kumpel. Denkst du, was ich denke? Die Macht der Genetik wurde entfesselt. Wir können sie nicht zurück in die Büchse legen. Wenn ich nicht zurückkomme, denk immer dran, dass du mich hergebracht hast. Ich komm schon klar. Diese Geschöpfe waren vor uns hier. Und wenn wir nicht aufpassen, sind sie auch noch nach uns hier. Willkommen in Jurassic World. Und du datest jetzt also ein Buchhalter, oder? Owen. Bauchreden? Hör auf. Du liebst ein Trottel? Deshalb sind wir nicht hier. Ich weiß, warum wir hier sind. Für eine Rettungsmission. Um Dinosaurier von einer Insel zu retten, die bald explodiert. Was kann da schon schief gehen? Blue ist am Leben. Du hast sie großgezogen. Verdienen diese Tiere denselben Schutz wie andere Spezies? Oder sollte man sie einfach sterben lassen? Diese Geschöpfe waren vor uns hier. Und wenn wir nicht aufpassen, sind sie auch noch nach uns hier. Du kennst mich. Lauf! Lauf, lauf! 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 Das Leben lässt sich nicht einsperren. Das Leben überwindet alle Barrieren. Das Leben... ...findet einen Weg. Lauf! ARD Text im Auftrag von Funk Weißt du nicht, wann du zum ersten Mal einen Dinosaurier gesehen hast? Oh, Gloo. Man kann es kaum glauben. Es ist wie ein Wunder. Es kommt etwas. Das ist ein T-Rex. Das ist ein T-Rex. Hör auf. Das ist kein T-Rex. Gloo, komm mit mir. Du weißt, du kannst nicht hierbleiben. Jurassic World. Die Insel. Es ist alles gut. Ganz ruhig, Kleines. Das ist alles Vergangenheit. Bin ich tot? Noch nicht, Kleiner. Ich zeige Ihnen die Zukunft. Was ist das für ein Ding? Sie haben es gemacht. Blue! Sie müssen uns hier rausholen. Ja. Die Insel. Die Insel. Wenn wir nicht gehen, playen. Sven ist immer einschachricht. Und wir gehen.